Was zählt, ist das Eindrückliche. Ich fand diesen deutschen Philosophen Gadamer, Hans-Georg Gadamer, immer wieder sehr faszinierend. Und es hat mich dazu inspiriert, diesen Audio-Podcast zu machen. Was zählt, ist das Eindrückliche, das Plötzlich Entstehende. Planungen, Fantasien, Weltsichten und Konditionierungen, Erinnerungen, Ängste, Hoffnungen, Konstruktionen, Verwirklichungen, Identifikationen, Begehren, Vermeiden und natürlich emotionale Bindungen. All das bewegt uns und natürlich noch viel mehr. Uns bewegt ja noch viel mehr als das. Es ist ja nur eine kleine Aufzählung von dem, was wir so oft machen, mit dem wir uns so oft in unserem Leben beschäftigen. Aber innerhalb dieser Welten ist es immer wieder das Plötzliche, das wirklich trägt und berührt. Der Einbruch, die Einbrüche in unser Leben, die stattfinden. Wir gehen irgendwie unbeschwert durch den Tag oder im Gegenteil, wir gehen sehr schwer durch den Tag, sehr beschwert durch den Tag. Wir sind vielleicht traurig oder wir fühlen uns trostlos. Oder eben auch glücklich, im Gegenteil, all das Dualistische und Polare, das unser Leben so ausmacht. Und das ist ja auch Bestandteil von all dem ist. Und plötzlich geschieht etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Plötzlich eröffnet sich etwas, starkes, negativ oder positiv. Es kann eine Katastrophe sein, im negativen Sinne. Es kann die absolute Erfüllung sein, im Liebessinn all das. Also das Neue und sein Zauber, wie auch, ich sagte es bereits, seine Furcht, mit der es einhergeht. Das, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ich betone das ganz stark. Als Menschen sind wir sehr gewohnt, mit Dingen zu rechnen, Dinge zu antizipieren, vorherzusehen und damit zu planen und damit zu verwirklichen, zu konstruieren und all das. Und das brauchen wir natürlich, ist keine Frage, in unserem Leben, um ein Leben verwirklichen zu können. Aber es passiert dann immer das, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und das alles ist deswegen eindrücklich. Deswegen ist es eindrücklich. Das sind die Highlights des Lebens. Das sind diese Events, die stattfinden, diese Live-Events, die stattfinden in unserem Leben. Und deswegen ist das Leben so interessant, aber auch so gefährlich. Es prägt, beeindruckt, öffnet neue Wege. Es weist tatsächlich in die Zukunft und weist diese Zukunft. Wie gesagt, vorher dachten wir, es läuft so und es wird so laufen. Die Vorhersage war das und die Statistik sagt nochmal etwas in dieser Formation. Und wir denken immer, das geht so und geht nur so. Aber es ist nicht so. Es ist der Eindruck, der passiert, das Plötzliche, das Hereinbrechende. Und das verändert wirklich. Und ist natürlich dadurch oder durch all das befreiend von den Einseitigkeiten, die wir wegen ihrer vermeintlichen Sicherheit immer wieder bevorzugen. Das Leben scheint uns ja deswegen sicher zu machen, weil wir es eben vor uns sehen oder weil wir es bisher gelebt haben und es in einer gewissen Retrospektive überschauen. Um es dann dadurch in die Zukunft hinein geradezu interpolieren zu können, eine Vorhersage zu machen, für das Nächste das geschieht. Aber das ist sehr begrenzt. Und deswegen ist das eine vermeintliche Sicherheit. Und eine wirkliche Sicherheit kann es nicht geben. Und das macht es natürlich sehr anziehend, das Plötzliche, das Eindrückliche. Im negativen wie im positiven Sinne. Als hätten wir sonst nichts weiter in unserem Leben als all das Bekannte. Und es ist schön, das Bekannte auf der einen Seite zu haben, auf der anderen Seite aber auch in jedem Augenblick die Möglichkeit besteht, dass das Bekannte nicht mehr bekannt ist, sondern etwas anderes entsteht. Also aus dem Unbekannten etwas entsteht, das eben in dieser Eindrücklichkeit geschieht. Insofern ist dieser einbrechende Eindruck, ob es sich jetzt um eine plötzliche Liebe handelt oder um eine Katastrophe, immer wieder das Entscheidende. Das Entscheidende, das uns in eine Haltung bringt, ja, welche Haltung ist es? Lass es geschehen, lass es geschehen, was da ist. Ich kann es nicht vorhersagen. Wir können fantasieren darüber und wir haben viele Fantasien darüber, ganz sicherlich. Möglichkeiten, Erwägungen und all das. Aber dann passiert es, nicht? Wir programmieren, wir lassen das Programm quasi ablaufen, das da ist. Wir machen den nächsten Schritt, wir tun das Bekannte, wir vollziehen das, was wir gelernt haben, zum Beispiel im Laufen, im Sprechen und all dem. Und dann passiert es, dann passiert es plötzlich. Und das ist etwas Prägsames, ich möchte es nochmal auf diese Art unterstreichen. Es ist prägsam, es ist eindrücklich und damit wegbahnend in unserem Dasein. Niemals vorhersehbar zu befürchten oder zu vermeiden. Es geschieht ohne unser Geschehen lassen, wollen oder vermeiden. Es geschieht einfach. Und da es einfach geschieht, braucht es dieses Urvertrauen, das wir als Menschen haben, um damit zu sein. Es ist ein Urvertrauen. Plötzlich geschieht etwas, das ich mir nicht erklären kann, durch nichts erklären kann oder durch bisheriges nicht erklären kann. Und dafür brauche ich ein Urvertrauen, um weiter zu existieren, um es zu ertragen, um es zu empfangen. Wie gesagt, positiv, negativ. Das Empfangen wäre das Positive, das Ertragen, das Negative. Es geht also weit über uns hinaus. Und bringt das zusammen, was zusammengebracht werden muss. Das ist vielleicht eine Spekulation, die ich an dieser Stelle nehme. Weil das Einbrechende und Nichtbegreifbare, vielleicht auch zunächst Nichtbegreifbare, ist ja nicht das, was wir als Zusammenhang erfahren oder als Sinngebung erfahren. Und insofern, wenn ich sage, es bringt das zusammen, was zusammengebracht werden muss, dann impliziert das ja schon, dass ich wüsste oder dass wir wissen könnten, was zusammengebracht werden muss. Und es ist ja eher nur ein Ahnen oder ein vermeintliches Ahnen, das wir haben, aber eben nicht das wirkliche Wissen darum. Nenne es also das Zufall. Also den Zufall. Denn der Zufall lässt sich nicht in einen engen Sinn zwingen. Möchte ich nochmal betonen. Dieser Satz scheint mir wichtig. Denn der Zufall lässt sich nicht in einen engen Sinn hinein zwingen. Es gibt ja immer wieder Aussagen, die habe ich hier auch öfter mal gemacht in diesem Podcast, wo ich sage, gibt es Zufälle oder mir die Frage stelle uns, die Frage stelle, gibt es Zufälle oder nicht? Und da habe ich oft diesen Tenor drin, nein, es gibt keinen Zufall im Sinne eines Höherem. Aber gemeint ist es Höhere, dass wir nicht wissen können, dass also dann letztendlich keinen Zufall bringt, sondern es bringt aus unserer menschlichen Perspektive dann einen Zufall. Es fällt uns zu und es ist zufällig, was geschieht, so wie sogenannte Zufallsgeneratoren, die zufällig etwas zeigen. Es fällt also aus einer anderen Dimension von etwas Anderem, von etwas Höherem etwas zu. Und insofern lässt sich tatsächlich der Zufall nicht in einen engen Sinn zwingen, aus unserer menschlichen Perspektive heraus. Er lässt sich nicht durch ein menschliches Verlangen bestimmen, sondern er, der Zufall, wird bestimmt in seiner für uns bestimmten Unbestimmtheit. Wenn ich das nochmal sagen, ist vielleicht ein bisschen komplex, dieser Ausdruck, sondern der Zufall wird bestimmt in seiner für uns bestimmten Unbestimmtheit. Deren Sinn wir spät begreifen und spät ist etwas Relatives, vielleicht am Ende der Existenz, vielleicht aber auch im Verlaufe eines bestimmten Zeitpunkts im Leben. Das Eindrückliche schöpft alles. Das möchte ich nochmal sagen, das Eindrückliche schöpft alles. Und plötzlich, unvorhersehbar, weil es eben dadurch eindrücklich ist. Und weil ich deswegen sage in diesem Titel, was zählt, ist das Eindrückliche, das Plötzlich Entstehende. Das ist der Entstehende.